Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es natürlich unter anderem auch wieder um die AMC Aktie bzw. um das AMC Unternehmen. Und ich möchte heute mal ein bisschen, ja wie sagt man so schön, Real Talk halten. Klar gehe ich auf einige Dinge ein, aber viele, viele Fragen kommen jeden Tag und es sind sehr oft die gleichen. Es sind vielleicht anders formuliert, aber wenn man grundsätzlich die übereinander legen würde, sage ich jetzt einfach mal, würde immer die gleiche Frage dabei rauskommen. Und da möchte ich heute nochmal oder ja grundsätzlich darauf eingehen. Aber vorab einmal Swaggy Stocks, das ist eine Webseite, hier kann man erkennen, wie viel wird über welches Unternehmen bei Reddit drüber gesprochen oder beziehungsweise bei VoiceFeedBets. AMC, ja sehr weit nach hinten gefallen, sonst immer an zweiter beziehungsweise dritter Stelle. Aber sehr viele Leute, die bei VoiceFeedBets sind, gehen mittlerweile auf Subreddits über, das heißt spezielle Gruppen für AMC. Deswegen kann man sich jetzt hier nicht mehr so ganz drauf verlassen, dass wirklich AMC an siebter oder achter Stelle ist und Tesla ein zweiter, denn AMC wird definitiv sogar an erster Stelle sein. Und ein weiterer, ja schöne Webseite ist DongoTracker. Hier habe ich ja auch schon öfter mal vorgestellt und hier unten, wenn man weiter runter geht, sieht man das Short-Volumen. Und man hat hier die letzten Tage gesehen, es war eigentlich relativ niedrig und dann gab es jetzt wieder eine Steigerung. Ist natürlich jeden Tag immer wieder anders und durch die neuen Regeln bin ich mal gespannt, wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Und wenn man hier oben auf Options klickt, kann man hier sehen, wie viele Aktien die Hedgefonds zurückkaufen müssen, wenn der Preis über 10 Dollar, 11 Dollar, 12 Dollar und so weiter geht. Und diese Calls müsste man dann einmal mal 100 nehmen und das ist schon ordentlich. Also hier 10 Millionen Aktien mal, ja ist schon ordentlich meines Erachtens. Aber hier sind wir nicht, wir sind noch weit davon entfernt, aber nun möchte ich auch einmal auf den Kurs eingehen. Und das hatte ich ja gestern bereits schon vermutet, dass der Kurs jetzt eine gewisse Seitwärtsbewegung zeigt. Und genau das ist heute auch passiert, aktuell Börse ist noch geöffnet bei 8,40 Euro, ein Minus von 1,13%. Und viele, viele, viele haben mir heute geschrieben, Alex, was ist los, warum geht ihr ins Minus? Leute, ich muss jetzt einfach mal so sagen, das was die Hedgefonds wollen, ist genau das, was jetzt passiert. Es gab sehr viele, die haben, viele Zuschauer, ich weiß, du wahrscheinlich auch, haben mir geschrieben, ich habe jetzt die und die Aktien verkauft, um wirklich all in in AMC reinzugehen. Da sage ich persönlich falsch, definitiv falsch. Ich streue mein Kapital sehr extrem, also wirklich sehr extrem, außer, da bin ich auch ehrlich, bei Xiaomi, da habe ich wirklich sehr, sehr viel Kapital drin. Aber ich habe von Anfang an, als ich mit Aktien angefangen habe, gesagt, ich investiere nur das, was ich wirklich bereit bin zu verlieren. Und stellt euch mal vor, ihr kriegt 2.000 Euro Lohn, eigentlich habt ihr 1.000 Euro Monat zur Verfügung, von den 1.000 Euro investiert ihr 800 Euro in die Aktien und ihr habt nur noch 200 Euro zum Leben. Das ist Blödsinn, das sollte jeder von euch wissen und hier ist es einfach so, investiert wirklich lieber ein bisschen weniger. Ihr seid auf der sicheren Seite, ihr ärgert euch nicht zu viel, wenn es in die Hose geht. Aktien, man gewinnt, man verliert mal, das ist ganz normal, guckt euch meine Naga-Updates an, über mein Naga-Depot, da sieht man es, mal gewinne ich schön, mal verliere ich. Und so ist es beim Aktienmarkt genauso. Hier, es hat sehr viel mit Psychologie zu tun, vor allem bei AMC und ich persönlich kann nicht verstehen, wie man all seine Aktien verkauft, um All-In bei AMC zu gehen. Ich habe ja auch schon gesagt, ich habe ja auch nicht unendlich Kapital zur Verfügung, keine Frage, wisst ihr auch, aber ich habe schon ein normales Depot, würde ich jetzt einfach mal sagen, wo ich auch mal Aktien hier und dort verkaufe, um schnell in andere Unternehmen zu investieren. Und ich habe auch, ja, zweimal bei AMC nachgelegt, dann auch noch ein drittes Mal, obwohl ich vor zwei Monaten gesagt habe, ich werde nicht bei AMC investieren, beziehungsweise nur einmal 400 Euro, dann habe ich wieder nachgekauft und jetzt wieder nachgekauft. Aber alles nur in einem Bereich, wo ich sage, ich kann es verkraften. Und ich werde bei AMC nie auf, oder wir werden alle nie auf Null gehen, klar kann es sein, geht auf 3 Dollar zurück, okay, dann ist es leider so. Aber selbst dann würde ich noch halten, denn ich bin einfach davon überzeugt, das soll keine Anlage oder Finanzberatung sein, ganz wichtig, aber ich bin überzeugt, dass es wirklich weiter nach oben geht. Und die Hedgefonds spielen jetzt einfach nur mit unserem psychologischen Verhalten, sie wollen Panik verbreiten, denn ich bin jetzt kein Hedgefonds-Profi, da bin ich auch ganz ehrlich. Sie können natürlich mit Fake News, mit Aktien- und Herschieberei den Preis drücken, aber mittlerweile werden Aktien so enorm von uns gehalten, dass sie gar nicht mehr so großartig die Möglichkeiten haben. Also die Möglichkeiten der Hedgefonds sind immer weiter eingeschränkt, sie haben nicht mehr die Möglichkeiten wie vor zwei oder drei Monaten, alleine durch die ganze Medienaufmerksamkeit und, und, und. Und hier ist es meines Erachtens wirklich nur eine Frage der Zeit, am 4.5. werden die Aktien neu ausgezählt, spätestens da müsste der Short Squeeze entstehen, aber umso näher das Datum rückt, umso ungeduldiger werden die Anleger. Das kann ich auch nachvollziehen. Also klar, ich habe auch eine Limit Order bei 1000 Euro gesetzt, wenn ich jetzt am 4.5. der Preis so explodiert, dass ich 1000 Euro pro Aktie bekomme, ja, dann werde ich aber natürlich mir erstmal ein schickes Haus kaufen für meine Familie, aber so weit denke ich gar nicht. Und ich habe gestern mit einem gesprochen, der sagt, Leute, selbst wenn der Kurs nur auf 50 Euro geht, man sollte sich darüber auch schon freuen. Die Frage ist nur, wie weit wird er noch gehen, denn die Schwierigkeit ist hier einfach, es kann keiner sagen, wie weit er nach oben geht. Er kann auf 50 Dollar steigen, er kann auf 500 Dollar steigen, er kann auf 1000 Dollar steigen. Umso höher, umso unrealistischer meiner Meinung nach, aber 50 Dollar ist eigentlich nichts und hier muss halt einfach die Psychologie von uns allen, also nicht von jedem Einzelnen, sondern von uns allen zusammen als Gruppe standhalten, indem wir halten. Und nicht jetzt, wenn der Kurs um 100% steigt oder 300%, dass wir verkaufen, sondern wir müssen wirklich diesen, ja, hier ausharren, halten, die Psychologie, die Ungeduldigkeit, ein bisschen zurückschrauben, also wirklich, was ich letztens schon gesagt habe, zurücklehnen und abwarten. Erstmal wirklich den vierten, fünften abwarten, was passiert da und ich denke persönlich, bis dahin wird noch was Extremes passieren. Also entweder wird der Kurs extrem nach unten gehen, weil die Hedgefonds es wieder geschafft haben zu drücken, oder der Kurs wird extremst nach oben gehen, damit ersten Verkäufe stattfinden und dementsprechend der Kurs fällt. Okay, diese zwei Möglichkeiten gibt es eigentlich. Ich glaube nicht, dass der Kurs sich jetzt bis zum vierten, fünften Zug vor sich hin dümpelt, immer ein paar Prozent hoch, ein paar Prozent runter, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, wir sind wirklich kurz davor, dass der Kurs einmal extrem nach oben geht oder einmal extrem nach unten geht. Wann das passiert, wie gesagt, meine Glaskugel ist noch auf irgendeinem Frachter unterwegs, da warte ich schon ein paar Jahre, aber Spaß beiseite, macht euch keine Panik, das ist genau das, was die Hedgefonds wollen. Der Kurs ist besser, wenn er sich in einer Seitwärtsbewegung befindet, als wenn er wirklich extrem hoch und runter geht, sondern das, was wir jetzt sehen, ist wirklich das reine Abwarten auf Reaktionen von Hedgefonds oder von Anlegern von beiden Seiten, einfach nur abwarten, was kommt als Nächste. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder.